Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film Gedacht. Film Gedacht sowie Nachgedacht nur mit Film. Und mit Antje Wessels. Hallo. Hallo. Und mit Sidney Schering. Hallo. Hallo. Wir haben im Off gerade in der Vorbesprechung nicht über den Film gesprochen, über den wir heute sprechen, sondern lustigerweise über Terrifier 2. Das werden wir so gehaltvoll leider nicht nochmal hinkriegen. Deshalb reden wir jetzt nicht über Terrifier 2. Aber du hast trotzdem durch diesen Film einen sehr schönen Übergang zu dem Film geschaffen, über den wir heute tatsächlich reden. Denn es ist dieser Tage ja ein Film gestartet, der eigentlich noch verstörender ist als ein Film, der aktuell mit als einer der härtesten Filme aller Zeiten beschrieben wird. Nämlich She Said. Und das ist die Verfilmung von Maria Schrader, eines New York Times Artikels, der damals die MeToo-Debatte und damit letzten Endes den unaufhaltsamen Fall von Harvey Weinstein angestoßen hat. Wie hast du damals von der ganzen Weinstein-Sache erfahren? Ich hab's durch Scott Derrickson erfahren. Oder ich hab durch Scott Derrickson erfahren, dass da demnächst was kommt. Regisseur von unter anderem Sinister und dem ersten Dr. Strange. Genau. Der hatte eines Tages getwittert, ich weiß nicht mehr, ob's hieß, im Laufe des Tages oder morgen, auf jeden Fall bald, kommt ein Artikel, der wird das gesamte Erbe der Weinsteins für immer und ewig beschmutzen und das Weinstein-Imperium zum Fall bringen. Das heißt, offenbar wusste er, was da für ein Artikel kommt. Vielleicht wurde er ja auch angefragt als jemand, der ja auch Filme für Weinstein inszeniert hat. Und da hab ich mir dann schon gedacht so, hm, das klingt schlimm. Und gedanklich ging ich dann irgendwie schon intuitiv in die Richtung. Da wird wohl irgendwas an sexueller Übergriffigkeit passiert sein. Denn was könnte man sonst mit so einem ominösen, lest den Artikel morgen, Ankündigungstweet meinen. Und dann kam halt der Artikel in der New York Times von Megan Thewey und Jodie Cantor. Und ja, dann kam mir kurz danach nur der Artikel im New Yorker von Rowan Farrow. Und wir wissen ja, wie schnell dann die Weinstein-Company dich gemacht hat. Und seither erleben wir ja, der Hashtag MeToo, den gab's ja schon vorher. Aber wir sind uns, glaub ich, einig, dass diese Berichte über Weinstein ihn erst zu dem Gesprächspunkt gemacht haben, der er heute ist. Genau, auf jeden Fall. Was mich da interessieren würde, ich kann die Frage leider nicht konkret beantworten. Ich hatte von dem Hashtag MeToo mitbekommen und hatte im Vorfeld, und da wüsste ich von dir gerne, ob du das auch schon im Vorfeld so wahrgenommen hast. Ich habe immer mal gehört, nicht unter speziellen Bedingungen und auch nicht zu bestimmten Anlässen, sondern es ist immer mal wieder die Äußerung gefallen, so hey, es gibt da in Hollywood eine große Gruppe an Leuten, die halt sich gegenseitig decken und die ein, ja, ein sexistisches System. Und es ging teilweise in diesen Nachrichten auch um sowas wie Pädophilie und so weiter. Das ist auch immer wieder aufgetaucht im Zusammen- oder kurz vor der Enthüllung von Kevin Spacey, der da auch immer noch mal wieder genannt wurde. Das waren so Fetzen, die ich immer mal wieder so am Rande mitbekommen hatte, die aber nie über große Vermutungen hinausgehen. Und ich konnte auch zu dem Zeitpunkt nie richtig einschätzen, spricht man da jetzt von einem offenen Geheimnis oder sind das alles eher Vermutungen? Hast du davon mal mitbekommen? Ja, da vermischen sich dann ja die Welten, denn auf der einen Seite, wo Geld und Reichtum ist, da wird Geld und Reichtum auch missbraucht. Man hat aber halt auch diese Narrative, die jetzt in den letzten Jahren so von den Trump- und QAnon-Anhängern übernommen wird, so dieses, ja, Hollywood ist uns zu links und daher denken wir uns schmierige Gerüchte über Hollywood aus. Also da treffen sich dann eine Realität, der nachgegangen und Gehör erschaffen werden muss, auf Spinnereien, wo man den politischen Feind, in Anführungszeichen, beschmutzen will. Und das ist dann so ein ganz ekliges Brackwasser dann, durch das man warten muss, wenn man da sich thematisch auffällt. Aber wo du Kevin Spacey erwähnst, wenn du dich schon nicht erinnern kannst, wie du erstmals von der ganzen Harvey Weinstein-Sache mit sexueller Übergriffigkeit und auch Vergewaltigung, wenn du dich schon nicht erinnern hast, wie du davon erfahren hast, kannst du dich erinnern an die Welt davor, weil du ja gerade offenes Geheimnis erwähnt hast, dass das ja Harvey Weinstein auch öfter mal Thema war in einem schwarzhumorigen Tonfall, dass er ja wohl auch nicht der ganz astreine Kerl ist, für den er sich gerne inszeniert haben wollte. Ja, absolut. Daran kann ich mich total erinnern. Das schien ja wirklich ein offenes Geheimnis zu sein, nur dass halt, weil er so einen Einfluss in Hollywood hatte, hat sich ja niemand getraut, das öffentlich zu sagen. Und lustigerweise, ich rewatche ja gerade Entourage. Und in Entourage, und das ist ja Anfang der Nullerjahre, wenn ich mich recht erinnere, da kommt Harvey Weinstein auch schon nicht gut weg. Also er kommt nicht so schlecht weg, wie er wahrscheinlich heutzutage, wenn man ehrlich ist, wegkommen würde, wenn man ihn überhaupt noch erwähnen würde, muss man auch ganz klar sagen. Aber man inszeniert ihn schon als ganz schön schmieriges Arschloch, nur dass Entourage in einer Zeit ja entstanden ist und auch ein Hollywood porträtiert, in dem man das irgendwie noch so hingenommen hat. Aber es war, also er war, ich kann mich nicht an irgendeine Nachricht erinnern oder an irgendeine Aufzeichnung oder was auch immer Parodie, in der Harvey Weinstein als sympathischer Zeitgenosse dargestellt wurde. Ja, vor allem, was mir jetzt dann gerade nochmal einfiel, was der Grund sein könnte, dass als Scott Delgson halt getwittert hatte, hier demnächst kommt ein Artikel, den müsst ihr lesen und dann ist Weinstein Geschichte. Dass ich sofort halt in die Richtung gegen sexuelle Übergriffigkeit war. Es hätte ja auch andere karrierebeendende Dinge geben können, aber es war ja öfter mal dann halt so dieser angewiderte Scherz, dass er seine Macht missbraucht. Zum Beispiel gab es ein Jahr, wo Seth MacFarlane die Oscar-Nominierung verlesen hat im Livestream. Und als dann die Schauspielerinnen-Kategorie kam, meinte er halt, nachdem die fünf Damen genannt wurden, die dem ja nominiert waren, meinte er halt, Gratulation an diese fünf Damen, ihr müsst nicht mehr so tun, als seid ihr an Harvey Weinstein attraktiv, als wäre Harvey Weinstein für euch attraktiv. Das habe ich auch mitbekommen. Genau, und er hat dann eine Zeit später ja gesagt, er hat diesen Moment genutzt, weil er halt gehört hat, dass er wohl ein schmieriger Mistkerl ist. Irgendwo wurde aber von den Leuten, die ihm das nahegelegt haben, gesagt, geh bitte nicht zur Polizei, wir wollen das nicht. Dann finden die Leute vielleicht raus, dass wir dir das gesteckt haben. Und das macht uns Angst. Also, handle nicht. Und er meinte halt so, wenn ich das jetzt als Scherz verkaufe, einfach so nach dem Motto, Austausch von Anführungszeichen gefallen, dann kann niemand mir ankreien. Ich hätte was verraten, was ich nicht hätte verraten dürfen, aber vielleicht weckt das journalistisches Interesse bei Leuten und die fangen dann an zu recherchieren. Er meinte, das war seine Hoffnung. Er hat damit nicht gesagt, oh, und es hat geklappt. Das war eher so kleinredend. Das war das Einzige, was ich dafür in der Richtung tun konnte. Da wären wir halt wieder so beim Thema offenes Geheimnis. Ich glaube, manche Leute haben sich da eingeredet, ach, das ist einfach dieses Klischee, weil dieser mächtige Mogul in egal welchem Metier, unter anderem halt im Unterhaltungsbusiness, der halt irgendwie so schmierig da sich Frau nähert. Das ist ja so ein Klischee, dass in unserer Gesellschaft generell existiert. Und ich glaube, je nachdem, wie tief man dann halt in der Hollywood-Industrie ist, hat man es abgetan als, ach, da ist halt dieser mächtige Kerl. Also bekommt er jetzt dieses Etikett angehaftet. Aber da wird ja wohl nicht viel hinter sein, bis hin zu, ah, da hat sich jemand getraut, es zu sagen. Und ich finde, wir können da ja jetzt vielleicht zu She-Set rüberleiten. Es sei denn, du willst da noch was anfügen. Ich finde, wir sind dann ja schon in den Handlungsanfängen des Films, weil der Film ja eine Welt zeichnet, wo kurioserweise niemand wirklich überrascht ist, wenn etwas Schlimmes passiert. Es kommt nie, ach, das kann ich mir nicht vorstellen, oder das hätte ich ja nie erwartet. Aber man war zu, zu, man war nicht fähig genug lange, deswegen zu handeln. Und der Film bereitet dann halt auf in seiner Laufzeit, wie man sich einer Welt nähert, in der man endlich die ganzen Werkzeuge an der Hand hat, um zu publizieren, das ist wirklich alles vorgefallen. Und wir müssen jetzt handeln. Genau, also wir hatten zuvor noch, wir machen uns ja im Vorfeld immer eine Art Skript. Und da ist ein Punkt noch, dass wir auf andere MeToo- und Harvey Weinstein-Produktionen eingehen. So viele in dem Sinne gibt es ja gar nicht. Ich habe auch, und deshalb erwähne ich das nur, weil ich ja gerade schon einmal Entourage erwähnt habe, es sind bis dato zum MeToo-Skandal direkt. Also klar, die Figur Harvey Weinstein ist in einigen Filmen, gerade wenn es um hinter den Kulissen Hollywoods und so weiter geht, aufgetaucht, entweder mit direktem Namen wie eben in Entourage oder auch manchmal halt als Figur, von der man sich denken kann, die wurde von jemandem wie Harvey Weinstein inspiriert. Dann gibt es noch den Film The Assistant, der auch den Namen Harvey Weinstein nicht erwähnt, aber mit Julia Garner in der Hauptrolle halt hinter die Kulissen eines sehr maskulin-toxischen Filmkonzerns blickt. Und da wurde auch hinter vorgehaltener Hand gesagt, das ist Weinstein. Ein Film, den ich sehr gut finde, der noch, noch weniger auf Effekthascherei setzt als She Said. Und She Said macht das schon nicht. Der ist die ganze Zeit sehr, sehr nah dran, einfach an einer Person, an einer weiblichen Person, die in so einem Konzern arbeitet und verfolgt sie letzten Endes einfach nur bei ihrem Arbeitsalltag. Und dann gibt es noch eine Doku über Harvey Weinstein, über den ganzen Skandal, die das Ganze halt dokumentarisch aufrollt, auch nicht groß reißerisch ist, sondern wirklich einfach den Verlauf des ganzen Skandals, wie er entstanden ist, wie er sich entwickelt hat und wie er auch am Ende an die Öffentlichkeit kam, halt einfach dokumentarisch aufbereitet. Also das sind so die Formate, die ich halt kenne. Und genau, wir haben jetzt aber mit She Said erstmals eine große Hollywood-Produktion. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt, an dem man sagen kann, in dem Moment, wo sich Hollywood hinter einen solchen Film stellt, steht auch sinngemäß ganz Hollywood dahinter, diesen Fall aufbereiten zu wollen. Wir kommen später noch mal zu gewissen Produktionspersonalien. Und du hast es schon recht gesagt, der Film setzt halt von Anfang an letzten Endes voraus, dass wir wissen, was am Ende passiert ist. Und das ist ja etwas, der Film lässt sich ja zum Beispiel ganz gut mit solchen Filmen wie Spotlight, so ein bisschen auch mit die Verlegerin. Aber ich glaube, Spotlight ist da schon wirklich das perfekte Beispiel, um zu sagen, wenn du Filme wie Spotlight magst, dann wirst du auch She Said mögen. Der ist noch mehr als Spotlight nicht daran interessiert, das Ganze eben auch noch dem Skandal entsprechend reißerisch aufzubereiten, sondern er ist wirklich an der journalistischen Aufklärung dran. Es ist kein Aufklärungsfilm im Sinne von, wer weiß, was am Ende bei rauskommt, sondern man weiß von Anfang an nicht nur, wenn man das verfolgt hat, und das finde ich ganz wichtig, sondern auch von Anfang an im Laufe des Films weiß man, ihr seid auf dieser Spur. Es kommt nur darauf an, wie bringt ihr diese Spur, oder wie bringt ihr das an die Öffentlichkeit? Und da war ja Spotlight noch ein bisschen zu sehr auch darauf aus, dass man teilweise schon gemerkt hat, okay, also die Journalisten, die hier im Mittelpunkt stehen und Journalistinnen, die sind schon von jeder Enthüllung auch selber ein Stück weit schockiert. Und dass She Said beziehungsweise Maria Schrader als Regisseurin das nicht macht und ganz klar sagt, mir geht es letzten Endes nur um die Sache, es ist ja fast ein dokumentarischer Ansatz, der hier gewählt wird. Das finde ich sehr, sehr gut, weil er trotzdem nicht an Spannung einbüßt. Die Spannung generiert der Film letzten Endes über andere Szenen und auch weniger über das Gezeigte, sondern weniger über das Erzählte und mehr über das Inszenierte. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich mag Spotlight sehr, aber ich finde She Said da noch eine Spur besser, denn es ist jetzt wirklich nicht so, als wäre Spotlight ein Enthüllungsfilm über die Schweinereien in der katholischen Kirche. Aber dennoch finde ich es da im Erzählen doch für meinen Geschmack etwas zu großer Prozentsatz des Oh, was finden sie denn da heraus? Und ich finde da, selbstverständlich gibt es immer Leute im Publikum, die vielleicht einfach von den ganzen Skandalen nie was mitbekommen haben. Aber ich finde einfach den Rest in Spotlight, nämlich wie recherchieren wir das, was macht das mit uns als Redaktion interessanter. Und bei She Said wird von vornherein, selbst wenn man den ganzen Harvey Weinstein-Fall bisher nicht mitbekommen hat. Ich finde, wenn man sich in She Said sieht, wird sehr unverblümt klargemacht, darum geht es. Da sind Leute in Hollywood, die mit dieser naiven Hoffnung reingehen, wir kreieren Filme, wir kreieren Magie. Und dann gibt es da halt Männer, die sagen, mir geht es nur darum, Bier von den Frauen zu nehmen, egal was ich will, sie müssen es mir geben, selbst wenn sie es nicht wollen. Die beiden Journalisten sind zwar insofern schockiert, so nach dem Motto, oh Gott, der armen Frau, mit der ich da rede, ist das gerade passiert. Aber die sind nicht schockiert im Sinne von, ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Und ich finde da diese Direktheit, gar nicht erst Spannung rauszuziehen, was die Recherchergebnisse sind, sondern sich allein darauf zu konzentrieren, wie schaffen wir es, sauber unsere Recherchergebnisse präsentabel zu machen, sodass wir keine justiziable Angriffbarkeit haben und daher den Mann zum Fall bringen können. Ich finde das ehrlicher, einfach dem Thema gegenüber, weil es die Vorwürfe gar nicht erst in Frage stellt, erst recht, wo wir ja gesagt haben, wir waren in einer Welt, wo es irgendwie so ein halboffenes Geheimnis war. Und zweitens finde ich es erzählerisch einfach interessanter, da in diese Arbeit reinzugehen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Der Titel verrät es ja eigentlich schon, weil mein She said ist ja die eine Hälfte dieser englischen Floskel. He said, she said. Okay, die Floskel sagt mir gerade nichts, aber ich glaube, ich kann mir zusammenreimen, worum es geht, nämlich, dass immer die Aussage der einen Person der anderen gegenüber steht und wahrscheinlich läuft es dann am Ende darauf hinaus, dass man ihm glaubt und ihr nicht. Das wäre jetzt meine Herleitung, oder? Ja, beziehungsweise erst mal, es geht einfach nur, es steht Aussage gegen Aussage, wäre so die deutsche Variante des Ganzen. Da bleiben wir allein in der Floskel, in der Realität, in der wir leben, führt es dann aber trotzdem dazu, ja okay, wenn Wort gegen Wort steht, wird in vielen Gerichten und auch in vielen gesellschaftlichen Gruppen dem Wort des Mannes mehr Gewicht zugetragen. Und der Filmtitel und halt auch der Titel des Buches, auf dem das Ganze basiert, nimmt den Mann halt raus. Und das ist ja auch eine wichtige Sache für diejenigen, die vielleicht den Film noch nicht gesehen haben und zwar vom Thema interessiert sind, aber vielleicht Angst haben, da reinzugehen, weil manche Sachen vielleicht zu heftig sind. Dieses, wir nehmen ihn aus der Gleichung, bleibt auch inhaltlich konsequent, denn Maria Schrader zeigt keine der sexuellen Übergriffe. Das stimmt. Wenn etwas, und das sind tatsächlich auch die Sachen, die mich besonders schockiert haben, wenn etwas gezeigt wird, dann wird es über die Akustik, also dann wird es akustisch gezeigt. Es gibt eine Szene und da weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, da habe ich jetzt Unterschiedliches gehört, aber es ist doch ein realer Mitschnitt, der da eingeblendet wird, nicht wahr? Das ist ein realer Mitschnitt. Der ist auch nicht nachgestellt. Eins zu eins, es ist das Tonband. Wobei wir da auch noch sagen müssen, weil ich ja gerade gesagt habe, hey, je nachdem, ob ihr euch an dem Film raushalt, es ist jetzt kein Mitschnitt einer Vergewaltigung, sondern es ist ein Mitschnitt dieses sehr widerlichen Begrabens und Bedrängens Harvey Weinsteins, eines Models, was auch schon schlimm genug ist. Ich will es damit nicht kleinreden, aber einfach, weil ich ja gerade den Ansatz geben wollte, dass Maria Schrader den Film so geschmackvoll, wie man dieses Thema inszeniert hat, ist es ja dann doch schon ein Unterschied, ob man plötzlich mitten im Film eine Vergewaltigung hört oder halt dieses Einschüchtern und Beschimpfen und Begrabbeln, was auch ekelhaft ist, aber es ist ja der Frau gegenüber dann doch ein bisschen respektvoller, als hätte man irgendeinen noch intimeren Angriff mitten im Film als Audiospur. Genau, aber in der Kombination, wir haben die Audiospur dieses Moments und wir haben dann die Spuren des Hotelzimmers, mehr oder weniger, in dem das passiert ist. Ich fand das unglaublich beklemmend. Ich habe da keine gezielte Anbahnungsszene in irgendeiner Form gebraucht und ich fand das schon, ich fand das heftig. Also ich denke, dir ging es da genauso. Ja, das kann ich nur sagen. Und der Film beginnt halt, als allererstes sehen wir halt eine Frau in Irland, die auf einen Filmsitz zugeht und da haben wir kurz, hat die das Versprechen der Magie Hollywoods. Wow, mitten in Irland, riesige Schiffe, wer weiß, wie viele StatistInnen. Und dann halt, und deswegen meinte ich ja, der Film sagt von vornherein, worum es geht, macht gar keinen Hehl, fragt gar nicht, was man herausfinden könnte. Schnitt, wir sehen die Frau heulend davonrennen, haben dann halt den harten Schnitt. Was übrigens eine Szene ist, das kann man direkt sagen und ich glaube, das ist auch somit das erste Indiz für, es wird kein Hehl daraus gemacht, worum es geht. So fängt der Film ja auch an. Also der Film fängt an mit einer heulenden Frau, die von einem Filmset davonläuft, die ganz kurz, in wenigen Minuten, als Statistin, glaube ich, oder Nebendarstellerin etabliert wird. Also wir wissen ihre Funktion, wir kennen ihre Funktion innerhalb des Sets, ansonsten wissen wir nichts über sie. Wir erfahren erst später, wer das ist. Ja, sie war Produktionsassistenz. Okay. Und sie rennt ja am nächsten Morgen davon, wer im Laufe des Films erfahren, wo sie war. Sie läuft jetzt nicht vom Filmset davon, aber halt, sie geht begeistert vom Filmset und dann rennt sie Tage später davon. Und wir müssen das dazwischen nicht sehen, um ihr zu glauben. Und der Film erzählt, dann geht es weiter, dass erst mal gegen Donald Trump gerade recherchiert wird, der ja auch zahlreiche Vorwürfe der sexuellen Übergriffigkeit und auch Vergewaltigung gegen sich im Raum stehen hat. Und wir erfahren dann, durch diese Szene, die relativ kurz gehalten ist, bekommen wir nochmal vor Augen geführt, diese nervige Frage, warum hat denn niemand was gesagt? Der Film führt das sehr schnell und direkt und kurz vor, nämlich die Leute, die gegen mächtige Männer aussagen, haben keinen Schutz. Da ist diese Frau, die die in einem Artikel gegen Donald Trump ausgesagt hat. Und was passiert? Auf einmal stürzt auch die unseriöse Presse sich auf sie. Ihr Haus wird belagert und sie bekommt Exkremente per Post geschickt. Und das ist damit schon die Antwort. Und damit ist erstens eine wichtige Frage geklärt, weil es ja immer noch Leute gibt, die halt sagen, ja, aber wenn es doch so schlimm war, dann sag doch was. Naja, die Leute ahnen, was auf sie zukommt. Und es ist die Spannung, rein erzählerisch, einfach auch schon mal etabliert, warum die folgende Recherchearbeit so wichtig ist. Denn es geht halt darum, erstens Quellen zu überzeugen, trotz dessen, was sie ahnen, was ihnen passieren wird, davon zu überzeugen, auszusagen. Und einen möglichst hieb- und stichfesten Artikel zu machen. Denn der Artikel wird ja, den wir am Anfang sehen, in der Hoffnung gemacht, dass man diesen widerlichen Mann vielleicht aus dem Weißen Haus raushalten könnte. Und dann sehen wir ja, ah, Donald Trump wurde zum Präsidenten gewählt. Und daher ist natürlich der Druck noch wichtiger, wenn wir das nächste Mal jemanden drankriegen wollen, dass wir ihn auch wirklich drankriegen. Und es gibt die ganz kurze Zwischenphase, was ja auch gerne in Vergessenheit gerät, und wir haben es eben auch übersprungen. Bevor es den Weinstein-Fall gab, gab es ja die ganze Sache bei Fox News, wo es das Ganze in kleiner gemacht wurde, wo es ja den ganzen Film Bombshell gab. Also die Story von Bombshell wird einmal ganz kurz in so einem Nachrichtenschnipsel gezeigt, zwischen dem Donald Trump-Artikel und bevor der Harry-Weinstein-Artikel gemacht wird. Und damit wird ja quasi erzählt, wie so langsam sich ein journalistisches Klima aufbaut, das nötig war, um die Enthüllung gegen Harry-Weinstein zu publizieren. Genau. Und dann haben wir im Zentrum des Ganzen eben ja, zwei Frauen, zwei Journalistinnen, die sich zu Beginn des Films noch gar nicht persönlich kennen. Die eine kommt auch gerade aus dem, also die eine gespielt von, ach ja, ich und Namen. Carrie Mulligan spielt Megintui. Genau, und sie ist auch diejenige, die zuvor mit Donald Trump bereits in Berührung kam. Dann geht sie aber erst mal in den Mutterschutz und lernt dann die von, oder als sie wieder da ist, stößt sie auf die, ja, Recherchearbeit ihrer Kollegin, gespielt von Zoe Kazan. Und die beiden, weil ja Carrie Mulligans Figur eben auch schon Erfahrung in dieser ganzen Thematik hat, beschließen fortan zusammenzuarbeiten, unterstützt von der New York Times Chefredakteurin ist es glaube ich, und auch noch von weiteren hohen Tieren innerhalb des Hauses. Es zieht auch so seine Kreise, also es ist, man weiß da schon, wenn das Ganze eine Story wird, dann wird es eine, über die man in den nächsten, ja, dann weiß man, die wissen zu dem Zeitpunkt, wenn die Story rausgeht, dann gibt es das einen ziemlichen Hype, wird sie einen ziemlichen Hype um diese ganze Thematik auslösen, wenn Hype hier nicht das etwas zu krassere Wort ist, aber zumindest wird sie einen sehr, sehr großen Einschlag. Sie wird Wellen schlagen. Ja, genau, sie wird sehr hohe Wellen schlagen. Und ja, dann sehen wir die Recherchearbeiten. Wir sehen die beiden von einer mutmaßlichen Zeugin zum nächsten Rennen, stoßen von Anfang an eher auf teilweise im wahrsten Sinne verschlossene Türen, aber sie wissen genau, wenn sie mindestens eine Person zum Reden bekommen, und darum geht es zuerst, und im besten Fall folgen ihr dann mehrere, und im allerbesten Fall schließen sich ihr dann auch wirklich ranghohe Schauspielerinnen an, dann kann das Ganze was werden. Und das ist der Film. Und wir erhalten von Maria Schrader neben dem Einblick in die journalistische Reportage und Recherchearbeit auch noch immer wieder so ganz subtile Einblicke in das Privatleben der beiden Frauen und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, braucht man das? Aber ich finde, dadurch, dass es hier wirklich so perfekt funktioniert und man nie irgendwelche Klischee-Momente hat, ich nenne immer diesen Moment, dass es irgendwie so diese Szene gibt, in der sich der Ehemann darüber aufregt, dass die Frau ja seit dieser Story überhaupt nicht mehr für die Familie da ist. Dadurch, dass es solche Szenen nicht gibt, macht es das ganze Bild der beiden Frauen eben als Frauen und nicht nur als Rechercheurinnen noch mal mehr greifbar. Wir haben einen viel persönlicheren Zugang noch zu der ganzen Sache und deshalb sind auch so Szenen, es gibt eine Szene, in der wird angedeutet, dass Zoe Kazan wahlweise tatsächlich von einem Auto verfolgt wird oder dadurch, dass es halt später nicht mehr vorkommt, dass sie sich vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen verfolgt fühlt. Dadurch haben solche Szenen einen viel größeren Input, als wenn man sie wirklich einfach nur in ihrem beruflichen Umfeld zeigt. Ja, und ganz einfach, ich finde bei allen Filmen in diesem Stil, ähnlich auch wie bei Spotlight, immer die Frage, warum geht ihr von der Story sozusagen weg, bei Spotlight, Missbrauch in der katholischen Kirche, bei She Said halt die Übergriffe von Harvey Weinstein, warum erzählt ihr noch was anderes? Ganz einfach, wenn ich schon einen Spielfilm mache, dann brauche ich einen Mehrwert, den ich so in einer Dokumentation nicht habe, denn sonst könnte ich mir ja einfach die Dokumentation anschauen oder zum Beispiel nochmal den Artikel durchlesen, den die Frauen da geschrieben haben und daher finde ich, muss etwas anderes da sein. Der Spielfilm ist dazu da, mir die emotionale Wahrheit begreiflich zu machen, die Dokumentation, die, einfach die, die Fakten und da ist, ich finde da die Abfolge ganz gut, dass es mit The Assistant gab es diesen, diesen sozusagen Schlüsselfilm, es ist nicht Harvey Weinstein, aber es bedeutet Harvey Weinstein und wie fühlt man sich dann generell in einem so spezifischen Umfeld. Dann gab es die Dokumentation, die wirklich dann im ausnahmsweise mal halbwegs positiv gemeinten Sinne der verfilmte Wikipedia-Artikel ist, so was, du wusstest gar nicht, wer der ist und was er alles gemacht hat, guck dir die Doku an, weißt du alles. She-Set braucht halt einen Mehrwert, oder nicht einen Mehrwert, aber eine Abgrenzung von der Doku und wenn wir dann halt sind, so fühlt man sich, wenn man an einem schwierigen, potenziell wichtigen Artikel arbeitet und dieses private Umfeld brauchst du, um als Frau im Beruf Erfolg haben zu können, dann ist das eine Sache, die so die Dokumentation nicht vermitteln kann und dadurch wirkt das alles nahbarer, weil ich glaube, es gibt ja Leute, bei denen Dokumentation nicht zwingend immer das erreichen, was die wollen, weil man dann ja irgendwann so auf einen ich lerne gerade Modus umschaltet und dann lässt man sich von Fakten berieseln und denkt danach, ach ja, das war unangegeben, das war's. Dadurch, dass wir bei She-Set das alles fühlen, die Implikationen des Ganzen und wie das die Journalistin mitnimmt und so diese, obwohl wir wissen, worauf es ja hinausläuft, diese Bedrohung spüren, was, wenn wir jetzt die eine Quelle nicht bekommen, wo holen wir dann eine andere Quelle her oder wer fällt uns dann noch weg? Ich finde, der Film braucht das, weil sonst, wie gesagt, kann ich mir einfach nur die Fakten nachlesen und er macht's sehr gut, wie du ja gerade schon gesagt hast. Darstellerisch brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel sagen, weil der Film ist sehr, sehr zurückhaltend, aber gerade aufgrund dieser Zurückhaltung sehr stark gespielt. Also Carrie Mulligan und Zoe Kazan sind absolut überzeugend, aber sie stellen sich nie vor ihre Rollen, vor das Thema, sondern sie bleiben immer in ihren Rollen und dadurch, dass es ja um das Thema geht und nicht um die beiden Figuren primär, kann man so diesen typischen Satz, sie stellen sich in den Dienst des Films hier, glaube ich, ganz gut anwenden. Aber auch interessant ist, ich habe nämlich, nachdem ich einen Film gesehen habe, mir ein Interview angeschaut, das im Rahmen einer Vorführung für die Academy of Motion Picture Arts and Sciences geführt wurde. Ich werde das als Bonusmaterial verlinken nach Veröffentlichung dieser Folge. Da erklärt Carrie Mulligan, dass sie halt Megan Toohey gefragt hat, zur Vorbereitung auf die Rolle, wenn du nicht Journalistin geworden wärst, was wärst du dann? Und halt selbst spielen, hey, was wäre aus Jodie Cantor geworden, wenn sie nicht Journalismus gewählt hätte? Und laut Carrie Mulligan wäre Megan Toohey's Antwort gewesen. Ja, ich wäre polizeiliche Ermittlerin und Jodie wäre Therapeutin geworden. Und ich finde, man merkt im Film, wenn man's weiß, wie das das Schauspiel von Carrie Mulligan und Zoe Kazan beeinflusst hat. Denn wir haben ja nicht viel Raum, um groß in die Historie dieser beiden Personen reinzugehen. Aber Carrie Mulligan hat halt stärker dieses Ich will jetzt genau das erfahren. im Spiel, wenn sie mit den Leuten interagierten. Und Zoe Kazan hat ein bisschen stärker dieses Ich bin jetzt hier kurz ein bisschen einfühlsamer. Erstens, weil ich generell so bin. Und zweitens, es gibt ja Situationen, da ist der Drill sozusagen erfolgreicher. Und es gibt in manchen Situationen, da ist eher die Volldecke, die um dein Gegenüber gelegt wird, erfolgreicher. Ja. Sozusagen Good Cup, Bad Cup, aber so verwässert, dass es nicht dieses Klischee ist. Und das machen die schon sehr gut. Und ich finde es auch sehr interessant, zum Beispiel, was Carrie Mulligan es in dem Film schafft, mit hängenden Mundwinkeln zu lächeln. Weil das auch sehr angebracht ist für die Emotionalität des Films, weil er das ja versucht, alles sozusagen, die Realität, die er ausdrückt, ist schon so schlimm, er muss inszenatorisch ja gar nicht mehr was dazu leisten, damit man leidet. Und deswegen er dämpft das so gut ab, wie man es machen kann, damit es halt eigentlich zu sehr überwältigt, sondern man, ja, einfach damit man da sozusagen respektvoll einfach damit leiden kann. Und Carrie, ich finde, ab und zu gibt es einfach Situationen, wo Megan Thewey endlich eine Bestätigung hat, die halt dann bedeutet, dass halt deswegen diese hängende Mundwinkel, weil ich höre gerade schlimme Dinge, komme bestätigt, weil ich die ganze Zeit befürchtet habe, was passiert ist, es ist menschlich widerlich, aber dennoch mit hängendem Mundwinkel irgendwie lächeln, weil sie gleichzeitig, ich finde, Carrie Mulligan schafft es zu transportieren, dieses Gefühl, aber wir kommen weiter. Und so schlimm das jetzt auch ist, was ich höre, es ist wichtig für den Artikel und das könnte positive gesellschaftliche Konsequenzen haben. während Zoe Kazan da Jodie Kenner ein bisschen offener spielt, sie ist die, die schneller näher am Wasser gebaut ist und da war es Zoe Kazan, die mich im Film mehrmals zu weinen gebracht hat, weil dieses auf einmal so dieser geplatzte Knoten, den sie so gut spielt, mehrmals im Film, mich immer wieder mitgerissen hat. Und das, wie gesagt, wären wir wieder beim Unterschied zur Dokumentation. Und bei der Weinstein-Dokumentation habe ich nicht geweint. Ich saß halt kopfschüttelnd vorm Fernseher und habe gedacht, ja, warum ist nicht vorher gehandelt worden? Und durch diese Emotion ist halt einfach das Thema noch mal was stärker in den Leuten dann drin, selbst wenn die Faktendichte dann was geringer ist, da ergänzt sich das ja einfach so gut. Und es ist gut, dass es beide Filme gibt. Ja, ich erinnere mich da an diesen einen Moment relativ spät im Film, in dem Zoe Kazan eine, ich weiß leider nicht mehr, welche Darsteller das es war, am Telefon hat, die zuvor die ganze Zeit abgeblockt hat und von der man eigentlich schon erwartet hat, okay, das wird leider keine Zeugin sein, die wir, die in diesem Artikel drin vorkommen kann. Und dann ruft sie bei Zoe Kazan an und dann so sinngemäß, okay, ich mach's doch. Und dann bricht ja auch Zoe Kazans Figur wirklich in Tränen aus. Und das war so ein Moment, da musste auch ich wirklich weinen, weil ich bin sowieso sehr empfänglich und wir haben ja schon mal in einer Szene, in einem Podcast über unserer Filmgeschluchts-Ausgabe über Szenen gesprochen, bei denen wir weinen mussten, einfach aus purer Erleichterung. Und da hab ich ja ich ruhe, also die, die nicht, die nicht intendiert sind oder damit, damit inszeniert wurden, dass sie einem zum Weinen bringen sollen. Und da hab ich ja beispielsweise die, das Finale von Conjuring 2 genannt, einen Film, wo man denkt, was ist, warum, was ist da los? Und da ist es so diese typische Erleichterung, die, dass so alles an Anspannung von einem abfällt. Das hatte ich beispielsweise so komplett konträrer Film wiederum, auch in Captain Phillips sehr stark. Ganz zum Schluss, wo er in dem Boot, in dem Rettungsboot sitzt und es ist vorbei und dieses es ist vorbei Gefühl im Sinne von endlich, wir haben erreicht, was wir wollen, es geht so ein bisschen Hand in Hand mit, es ist auch so ein Stück weit, sind es Freudentränen. Das hat diese Szene für mich mit zu der stärksten gemacht, die ich auch rückwirkend neben dem Finale, wenn man es so ausdrücken will, in dem halt wirklich da nochmal Korrektur gelesen will und da nochmal und jetzt können wir es online stellen. Nein, lesen wir es besser nochmal. Also, das ist so mit die Szene, an die sich bei mir am meisten eingebrannt hat. Was bei mir sehr hängen geblieben ist und das sind wirklich dann so diese, diese gelungenen Beiläufigkeiten, weil ich finde She's Head, obwohl der sehr aussagekräftig ist, hat der, nahezu keinerlei Didaktik an sich. Relativ früh wird nochmal beiläufig gezeigt, so dieses, dieses so erschreckendes ist, das könnte der Grund sein, warum das alles nicht überraschend ist, weil wir einfach in einer Welt sind, in der Frauen so stark objektifiziert werden, sind diese vielen Kleinigkeiten ja zeigen, wie heute immer noch, aber vor wenigen Jahren nochmal wesentlich schlimmer über Schauspielerinnen berichtet wird. Es gibt nämlich eine Szene, in der wir die allerfrühste Recherchearbeit sehen, am Laptop und wo dann Artikel über Gwyneth Paltrow gelesen wird und nach Bilder von Rose McGowan gesucht wird, wer war das nochmal, ach ja, hier und dann dazu mal und man sieht am Bildrand, also nicht am Bildrand des Filmes, sondern am Bildrand des Laptops, da sind immer so Kleinigkeiten zum Beispiel, wenn dieser Artikel über Gwyneth Paltrow gelesen wird, überm Bild, das wir von Gwyneth Paltrow sehen, ist so der letzte Satz des vorherigen Absatzes und da steht da irgendwie so, ja, auf dieser Premiere führt sie ihre tollen, lange Beine vor und das nicht in irgendeinem Klatschblatt, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich sogar ein New York Times-Artikel war in dem da gerade nachgelesen wird, aber es war auf jeden Fall von einem seriösen Portal und dasselbe Spiel, was mir auch sehr oft begegnet, wenn man, um irgendwas zu illustrieren, halt einfach Bilder von Stars braucht, wenn es eine Frau ist, selbst schon das dritte oder vierte Google-Ergebnis ist dann gerne mal, dann drückt man da drauf, siehst das Foto und dann sieht man halt rechts daneben die Zusammenfassung der Seite, aus der dieses Bild genommen wird und dann hast du halt so eine Aufzählung bei Rose McGowan, was mir so, Rose McGowan, Größe, Gewicht, Affären und sowas, dieses, Körbchengröße, sowas, also dieses, wenn du dich über eine Schauspielerin informieren willst, wir leben in einer Gesellschaft, der sofort davon ausgegangen wird, du willst wissen, wie groß sie ist, wie viel sie wiegt, du willst über ihren Körper Bescheid wissen, du willst über ihre Affären Bescheid wissen, was ja in unterschiedlichem Maße niemand was angeht, Größe kann ich ja noch verstehen, Gewicht, erstens fluktuiert sowas und zweitens geht mich das nichts an und drittens Affären sowieso nichts und dass das so ganz weit vorne bei den Google-Treffern ist, mit so einer absoluten Selbstverständlichkeit und selbst, man muss nicht mal die Seite anklicken, sondern Google, das von alleine einen dann schon dann neben dem Bild anzeigt, ist so dieses, die zwei Szenen haben stark zusammengefasst, einfach diese, dieses Klima, in dem halt jemand wie Weinstein entstehen kann und der Film muss, braucht dafür dann keinen Monolog, in dem jemand das alles so zusammenfasst, wie ich es gerade mache, sondern er zeigt das einfach und in meinem Hinterkopf habe ich dann die Rechnung einfach nochmal zusammengemacht, weil ja, wenn, wenn, wenn Frauen, die, die Prominenz sind, von der Gesellschaft ja quasi als Freiwild dargestellt werden, muss es uns leider nicht verwundern, wenn dann Männer denken, ja geil, dann, dann gehe ich jetzt auf die Jagd, so ekelhaft das auch ist. Nun gibt es ja nicht nur, also generell kommt der Film ja sehr gut weg und ich habe ja in der Kino Plus Ausgabe zu der, zu She's Head auch schon gesagt, ich finde es halt ein bisschen traurig, dass ich fürchte, dass dem Film grundsätzlich anhaften wird, dass er ausschließlich, wenn er einen Oscar gewinnt und ich halte das tatsächlich für sehr wahrscheinlich, dass er dann ausschließlich deshalb gewinnt, weil es um das Thema geht, letzten Endes sage ich aber auch, ja dann ist es halt so, oh mein Gott. Über jeden Film, der beste Film wird, sagen die Leute, die ihn nicht mögen, hat er nur gewonnen, wegen Punkt, Punkt, Punkt. Mal ist es wegen des Themas oder weil der Hauptdarsteller mal reif war für einen Sieg und das ist dann mit rüber geschwappt in den Film oder weil der Regisseur ja mal etwas überfällig war. Man kann jeden Sieg kleinreden. Also, genau. Und trotzdem, wie gesagt, er kommt sehr gut weg, aber trotzdem wäre jetzt auch noch mal spannend, es gibt ja Kritikpunkte an dem Film. Ich kann mir teilweise erklären, wo sie herkommen, ich würde sie allerdings nicht unterstreichen. Insbesondere den, ja, also, sagen wir so, fangen wir von vorne an. Es wird ja gefragt, inwiefern denn die, der Artikel aus der New York Times durch diesen Film wesentlich mehr hervorgehoben wird, als der Artikel von Ronan Farrow und kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil er natürlich auch Aufklärungsarbeit geleistet hat, aber sagen wir mal so, es steht ja jedem frei, zu sagen, hey, ich mach später noch mal einen Film über den. Das ist so ein bisschen auch mein Argument ja ganz gerne, bei dem ich jetzt sagen würde, bei der Kritik an Bohemian Rhapsody beispielsweise, wenn da gesagt wird, ey, wie kann das denn sein, dass da so viel verfälscht wird, wieso lasst ihr so viele Sachen aus zugunsten der Musikteile und der Musicalparts, dann denke ich mir halt immer, ja, aber es kann doch noch jeder andere kommen und für ein Biopic andere Schwerpunkte setzen und das ist hier auch so ein bisschen so. Wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Ich finde erstens generell war der Film nötiger, wobei das natürlich immer, das ist jetzt hier rein anekdotischer Beweis, denn die beiden haben ja einen Pulitzerpreis gewonnen, und es ist ja jetzt wirklich nicht so, als seien die, die übergangenen Heldinnen der Recherchearbeit, dessen ungeachtet, ist es mir in den vergangenen Jahren sehr oft passiert, dass ich über Tweets, über Artikel, über beiläufige Aussagen, die in Podcasts oder Videos, die eigentlich über was anderes handeln, dass das dann sehr oft zusammengefasst wurde, vor allem von Männern. Ja, hier damals die Enthüllungsartikel über Harvey Weinstein, Ron Farrow hat da gute Arbeit geleistet, also ich habe das Gefühl, ich kenne genug Leute, die, warum auch immer, vielleicht auch, weil es weniger bekannte Namen sind für Leute, die sich jetzt nicht so stark mit Journalismus beschäftigen, hat Megan Thewey und Jodie Cantor entweder gar nicht erwähnt haben oder als zweites und dass man da jetzt einfach so ein Korrektiv setzt und sagt, Ron Farrow ist eine bekanntere Persönlichkeit, es gibt Leute, die die ganzen Enthüllungen über Harvey Weinstein komplett ihm zuschreiben, um da jetzt wieder ein Gleichgewicht herzustellen, widmen wir uns diesen beiden, finde ich vollkommen fair, dann halt einfach aus chronistischer Pflicht, ihr Artikel kam halt zuerst raus, also ist es, finde ich, als filmschaffende Person, glaube ich, generell auch ein bisschen reizvoller über die Ersten zu berichten und dennoch kommt Ron Farrow ja nicht schlecht weg, er wird ja zweimal erwähnt als, oh, er recherchiert auch, wir sind jetzt unter Drück, es wird nur nicht mal gesagt, oh, dieser Mistkerl, der klaut uns die Story oder sowas, sondern einfach, wow, noch jemand ist an der Sache dran, das ist für uns nochmal ein Anlass, uns nochmal reinzusteigern und da bin ich da vollkommen fein mit. Gibt es eine offizielle Meinung oder gibt es ein Statement von Ron and Farrow zu der ganzen Sache? Ich habe keins gefunden, muss aber auch zugeben, ich habe mich zur Vorbereitung auf den Podcast heute auf einige andere Unterpunkte stärker konzentriert als darauf, daher sollte ich etwas übersehen haben, sind wir offen, teilt uns das dann gerne bei Twitter oder meinetwegen auch Instagram, aber mir ist nichts bekannt. weil ich möchte fast behaupten, selbst wenn er sich nicht geäußert hat, es ging ihm ja als Autor eines solchen Artikels auch um die Sache, deshalb kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand wie er etwas dagegen hat, wenn man sagt, wir erzählen die ganze Geschichte anhand von zwei anderen Personen. Du sagst gerade, du hast andere Schwerpunkte bei der Recherche bemüht, dann nenn doch gerne mal einen von denen. Ja, ich habe halt zum Beispiel jede Menge Interviews geschaut, damit ich dann so Sachen sagen kann, wie gerade eben mit, ja, die eine wäre polizeiliche Ermittlerin geworden und die andere wäre Therapeutin geworden und da sind Schauspiels eingeflossen. Okay, dann kommen wir einfach, dann haue ich einfach den nächsten Kritikpunkt raus an dem Film, denn ich habe es zu Beginn schon angedeutet, dass es durchaus Kritik gibt an einer speziellen Produktionsposition, denn wer im Vorfeld sich den, wer den Vorspann sich ganz genau anschaut und ein bisschen Ahnung von Produktionsfirmen hat, der wird, und dann auch noch die Hintergründe so ein bisschen kennen, der könnte bei Plan B gestutzt haben, denn Plan B gehört, oder ich weiß nicht, ob die Firma ihm alleine gehört, aber zumindest ist es die Produktionsfirma von Brad Pitt, als diese wird es immer ausgegeben. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter recherchiert, ja, dann fällt einem auf, Moment mal, Brad Pitt hat doch auch in Weinstein-Produktionen mitgespielt und das ist auch ein zentraler Aspekt oder ein zentraler Kritikpunkt, der in der Schlammschlacht zwischen ihm und seiner, ich weiß gar nicht, sind die mittlerweile geschieden? Keine Ahnung. Und seiner Ex-Frau auf jeden Fall Angelina Jolie immer wieder ins Spiel kommt. Und da muss ich sagen, da verstehe ich den Kritikpunkt überhaupt nicht, weil klar ist, man kann meinetwegen sagen, hey, denkt Brad Pitt jetzt, er kann sich von seiner Vergangenheit reinwaschen? Nein, er kann sich, oder alle Leute, die mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet haben, werden sich niemals davon reinwaschen können, egal was sie tun. Sie hätten früher was tun müssen, sie hätten früher den Mund aufmachen müssen, wenn sie es irgendwie gekonnt hätten. Aber reinwaschen, rückwirkend geht nicht. Da finde ich es total legitim zu sagen, ja, wenn ich das schon nicht wieder gut machen kann, dann sorge ich doch wenigstens als Inhaber einer Produktionsfirma dafür, dass so ein Film gedreht werden kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. In Zukunft der Film zeigt ja auch Verständnis auf für Leute, die nicht früher was sagen in gewissen Kontexten. Halt vor allem bei den Opfern von Weinstein, halt einfach dieses, darüber haben wir ja schon gesprochen, warum da dieser Impuls ist oder diese Überzeugung, lieber nichts zu sagen. Aber es gibt auch verschiedene Quellen im Laufe des Films. Es gibt Leute, da kann man nichts sagen. Ich kann verstehen, dass du nichts gesagt hast, sondern quasi du hast den rauchenden Colt vor dir. Du hättest mal jemanden darauf hinweisen können. Aber es gibt auch Leute, zum Beispiel die von Zoe Kazan gespielte Jodie Cantor spricht ja mit jemandem, der Buchhaltung für Weinstein betrieben, und ich weiß nicht, wie du die Szenen aufgefasst hast, aber er erklärt ja, er hat gedacht, dass das ganze Schweigegeld, das er überwiesen hat, einfach nur so Affären sein. Also, dass er quasi gedacht hat, ah, verheirateter Hollywood-Produzent hat einen Seitensprung, das soll nicht an die Presse, bezahlen wir halt. dass da quasi das moralische Dilemma einfach nur ist, jemandem zu helfen, seinen Ehebruch zu kaschieren. Ich hab, so wie dieser Mann gespielt wurde und so wie ich die Inszenierung durch Maria Schrader aufgefasst habe, geglaubt, er glaubt das wirklich. Ja, ich auch. Und dass er wirklich in dem Moment, wo durch Zoe Kazans Aussagen er auf einmal, der Groschen fällt, es waren keine Affären, es war Vergewaltigung, dass da in ihm so alles Mögliche zusammenbricht. Dass er deswegen nicht früher was gesagt hat, hab ich das Gefühl, da hat der Film Verständnis. Ja, das seh ich auch so. Generell finde ich, auch das habe ich schon bei Kino Plus gesagt, ich sag das immer, weil mir das dann so leid tut, wenn ich mich, wenn ich mich wiederholen muss. Aber auch hier fand ich's dann doch immer wieder sehr mit viel Fingerspitzengefühl inszeniert, dass auch die männlichen Figuren nicht zu 100% immer in die Kante, oder es wird ja gerne so über einen Kamm geschoren, es wird nicht gesagt, jede Person in diesem ganzen, in diesem ganzen Hollywood-Konstrukt, jede männliche Person ist automatisch genauso schlimm in die ganze Sache involviert wie Harvey Weinstein. Bei Brad Pitt, um den Gedanken, den ich eben angefangen habe zu Ende zu sehen, der ist irgendwo zwischen den beiden Extremen, die ich da gerade angerissen habe, weil er ja laut Porto als auch Angelina Jolie, die ja beide ihre unangenehmen Erfahrung mit Harvey Weinstein hatten, er hat von beiden erzählt bekommen, was Sache war, was bei denen jeweils vorgefallen ist, aber da sind wir halt wieder beim Thema, es war, ich weiß ja jetzt, ich weiß leider nicht, ob was da abgemacht wurde untereinander, ob man da jetzt dann gegen ihn vorgehen soll oder halt einfach, hör mal, mir ist was Schlimmes passiert und ich will nicht, dass wir handeln, weil Angst vor der Recherche, die dann passieren könnte, bla 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 bla, aber was halt wohl wirklich zu einem Krach bei Angelina Jolie und Brad Pitt geführt hat, war es, er dann halt später dann dennoch ein Passionsprojekt bei Weinstein geparkt hat. Das ist natürlich Weißt du noch, welches das war? Das war Killing Them Softly. Hab ich mir fast gedacht, ich wusste den Titel, ich hatte das Plakat vor Augen, ich wusste den Titel noch nicht. Und das ist natürlich menschlicher Verrat, also wenn, keine Ahnung, der mir Leid zufügt und du weißt es und danach arbeitest du mit der Person zusammen, würde ich auch denken, boah, danke Antje, aber wenn irgendwann rauskommt, wie mies die Person war und du dann dafür sorgst, dass noch mehr Leute wissen, wie mies die Person war, macht es das schlimmer, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, dass es Kritik an She-Set gibt durch die Beteiligung von Brad Pitt. Aber das alles ist ein sehr, ich glaube, das ist ein sehr menschlich komplizierter Fall, was wir bisher gesprochen haben. Was sagt man da jetzt? Wie will man das einschätzen? Ich glaube, da kann man kein allgemeingültiges Urteil fällen. Das hat jetzt neuerdings hier auch Vorwürfe gegen Brad Pitt im Raum stehen, dass er seine Kinder geschlagen hätte und in einem Streit irgendwie Angelina Jolie was Hertha angepackt. Was genau vorgefallen ist, da habe ich mehrere Widersprüche Artikel gefunden, daher will ich mich da jetzt nicht festlegen, was der Gewaltausbruch war. Das ist mittlerweile, seien wir ganz ehrlich, das ist mittlerweile, entschuldige, aber das ist mittlerweile auf einem Niveau, was die ganze Berichterstattung rund um Amber Heard und Johnny Depp angeht. Da wird auch nie irgendwann jemand wissen, was los ist. Aber jedenfalls, ich bin mir sicher, sobald die Oscarsaison an Fahrt gewinnen wird, wird das dann halt Thema sein, wollen wir wirken. Dann gibt es die einen, die sagen, wir müssen diesen Film prämieren, weil er ein sehr gut gemachter Film, über ein sehr wichtiges Thema ist und die Gegenseite, die halt dann ihren Film pushen will, damit wird dann sagen, ja, aber dann gewinnt vielleicht Brad Pitt noch einen Oscar und mutmaßlicher Kinderschläger und gegebenenfalls auch Frauenwürger. Dann machen wir ja quasi dasselbe, fast dasselbe noch mal, wie als wir Weinstein prämiert haben und ich verstehe, warum dieser Vorwurf im Raum steht, die Sache ist da aber auch wieder, da kann ja jetzt zum Beispiel eine Maria Schrader, glaube ich, nichts für, weil allein, dass die Vorwürfe an Fahrt gewonnen haben gegen Brad Pitt, war alles Postproduktion. Also da kann man ja dann auch nicht mehr sagen, ja, weiß was, dann lassen wir den Film halt, ist auch schwer. Dann gibt es noch einen Kritikpunkt und bei dem muss ich zwangsläufig an einen anderen Film denken, es geht darum, inwiefern denn die New York Times vielleicht hier ein bisschen zu gut und damit werbend wegkommt. Kannst du dir vorstellen, an welchen Film ich da denken muss? Nein, weil ich gerade nicht weiß, wie sehr um die Ecke oder direkt du denkst, daher sag es einfach. An das erstaunliche Leben des Walter Mitty, dem ja auch gerne vorgeworfen wurde, dass es eigentlich nur eine Werbung für das Live-Magazin wäre und auch damals habe ich schon gesagt, nö, und das würde ich hier auch sagen. Also ich finde, ich meine, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die New York Times für sich noch groß Werbung machen muss, dass es ein journalistisches Medium ist, das Qualitäten hat, die von den anderen Medien nur träumen können oder andere Publikationen und ich weiß nicht, ob es die New York Times, also weglassen kannst du sie nicht, wenn du wirklich akkurat am Geschehen bleibst. Ja, du hättest sagen können, wir geben der ganzen Sache einen anderen Namen, aber das hätte ich absolut lächerlich gefunden, war ja sowieso, und das ist ja wieder der Punkt, es weiß ja sowieso jeder, was passiert ist und man kann es sich zusammenrecherchieren im Zweifelsfall und entsprechend, du kannst sie nicht weglassen und sie hat eben diese Arbeit abgeliefert, was soll man da jetzt relativieren? Man hätte sagen können, ja gut, man kann ja parallel vielleicht noch die Projekte anderer Journalisten zeigen aus der Redaktion oder Journalistinnen, die nicht so gut funktioniert haben, aber das hätte ich einfach lächerlich gefunden, also da bei dem Punkt bin ich raus. Ja, hinzu kommt, im Film wird ja sogar Kritik geäußert, als dass er zum Beispiel Rose McGowan am Telefon kritisiert, ich habe früher schon mal sehr stark angedeutet, was Harvey Weinstein mir angetan hat, damals gab es dann einen negativen Artikel über mich in der New York Times, so Richtung, mir wird vorgeworfen, ich bin die schreiende Furie und deswegen will ich mit euch jetzt nicht reden. Und da ist jetzt halt die Frage, was willst du jetzt erzählen? Willst du einen Film über die New York Times erzählen und willst du dann noch drei, vier ähnliche Szenen haben, wo schlechte, alte Artikel gegen jetzt dieses Thema aufgewogen werden? Oder willst du einen Artikel darüber erzählen, wie halt hart arbeitender Journalismus dazu geführt hat, dass endlich diese Enthüllungen über Harvey Weinstein schwarz auf weiß und justiziabel unangreifbar dastehen? und da finde ich Letzteres insgesamt da für einen Spielfilm erzählenswerter und daher die drei, vier Szenen, die in eine ähnliche Richtung, die drei, vier kleinen Momente, die in eine ähnliche Richtung gehen, wie das Rose McGowan-Telefonat, haben mir gereicht, um dem Film den Werbecharakter definitiv abzuerkennen. Ja, absolut und wie gesagt, um nochmal zu Walter Mitty zurückzukommen, so viele Magazine wie das Live-Magazin in dieser Form gibt es nicht und ja, man hätte auch da wieder sagen können, dann denkt euch doch ein fiktives Magazin aus, nennt es Death, keine Ahnung. The Death of Walter Mitty. Genau und keine Ahnung, wie gesagt, ich meine auch beim Live-Magazin in Walter Mitty, so Stichwort, das werden ja auch viele, viele Stellen gekündigt, weil da plötzlich ein Arschloch-Chef am Drücker ist. Das ist jetzt auch nicht die beste Werbung für das Magazin, wo auch die wirtschaftlichen Interessen über den kreativen Interessen stehen. Also es ist immer einfach zu sagen, es steht eine bestimmte Marke bei irgendwas im Mittelpunkt oder ein bestimmtes Medium in diesem Falle und das heißt, es muss automatisch Werbung sein. Und letzten Endes die New York Times ist immer noch eins der wenigen Medien, wo halt wirklich, die haben ja, man muss sich das ja mal vorstellen, monatelang an einem Artikel gearbeitet. Und es wird ja auch angedeutet, es gibt auch Artikel, die da in nichts laufen. Das heißt, das ist noch ein Medium, wo Leute dafür bezahlt werden, zu arbeiten und nicht dafür bezahlt werden, das was online ist. Was ja ein wichtiger Unterschied ist. Selbst es gibt Kritikpunkte an der New York Times. Es gab, selbst bei jedem, leider bei jedem Medium gibt es Artikel, die online gehen, wo man sagt, den hättet ihr nicht online stellen müssen. Aber um darauf zurückzukommen, ist es halt letzten Endes ein Film über diese Recherche statt, ein Film über die New York Times. Kannst du ein Beispiel nennen bei der New York Times? Zuletzt gab es in der New York Times auch so ein paar Artikel, die so in Richtung ging, warum musstet ihr jetzt da jemanden so transphoben, die Möglichkeit geben, seine Meinung darzustellen? Das ist dieses typische, wie heißt das nochmal auf Engel, Op-Ad, also Gastartikel, wo dann Leute einfach halbwegs unkommentiert dann ihren Sermon online stellen können. Da kamen die New York Times in den letzten Monaten öfter mal in Kritik, weil sich das dann so in diese eine Rechnung ein bisschen gehäuft hat, was nicht angenehm ist, aber das hat jetzt mit She-Set nichts zu tun. Soll Maria Schrader am Ende, wo die Texttafeln kommen, was dieser Artikel angestoßen hat, auch noch eine Texttafel reinnehmen? Ach übrigens, die ganzen transphobenartikel der New York Times in den letzten Monaten fand ich voll doof. Ich meine, wäre ein netter Gedanke, aber es schmälert halt dieses Werk dennoch, weil es auf einmal so einen Faden rausfransen lässt, der sonst mit dem Film nichts zu tun hatte. Zumal man sich als Zuschauer oder Zuschauerin immer an das am meisten erinnert, was zum Schluss ist und ja, das wäre nicht nett gewesen. Okay, dann wäre ich jetzt, glaube ich, durch mit allem Wichtigen. Hast du noch irgendwelche Punkte, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte? Wir haben bisher ja nahezu gar nicht über die Bildsprache gesprochen, auch privat noch nicht. Das stimmt. Da fand ich interessant, Maria Schrader hat da ein paar Bilder gemacht, wo ich mich für ein paar Sekunden in dieses Suchen, 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 Suchen Gefühl der beiden Protagonisten versetzt gefühlt habe, weil es gibt öfter mal, dass eine Szene endet, die nächste Szene beginnt und zum Beispiel gibt es diese eine Sequenz, die in der Cafeteria der New York Times spielt und die ist komplett voll und man sieht jede Menge Leute reden und wir hören unsere Figuren, aber ich habe wirklich da so ein Bild geguckt, wo sitzen die, wo sitzen die, ah, ganz hinten rechts auf dem Bild oder auch einmal, wo Carey Mulligan als Megan Toohey gerade in New York auf der Straße unterwegs ist und wir sehen Menschenmengen und wir hören das Telefonat, das sie gerade führt und ich habe da so ein paar Sekunden gebraucht, um Carey Mulligan im Bild zu finden und dieses, wo ist, wo ist das, was ich brauche, drei, vier Mal im Film zu machen in einem Film über Journalismus, finde ich ganz clever, zumal sie es nicht übertreibt, weil wäre jetzt jeder Establishing-Shot ein Suchbild, dann wird es langsam albern und es lenkt dann vom ernsten Thema ab, aber das so ein bisschen reinzuspringen, das fand ich eine sehr interessante und bei mir aber fruchtende inszenatorische Entscheidung. Dann wäre jetzt noch mal so eine, nein, Glaubensfrage ist es nicht, aber wirklich einfach eine Frage, die Szene habe ich gerade schon erwähnt, aber da haben wir auch jetzt noch nicht drüber diskutiert, wie du denn dazu stehst und auch so ein bisschen, ja, wie ich dazu stehe, wird sie verfolgt oder fühlt sie sich verfolgt? Da ich ja weiß, dass sie im realen Leben wirklich verfolgt wurden, ist es bei mir keine Interpretationsfrage, weil mir der quasi der Saatkorn, sie wird verfolgt, das Saatkorn, sie wird verfolgt, schon in den Kopf gepflanzt wurde. Okay, verstehe. Wie war es bei dir? Ich, ich habe da glaube ich bis heute keine richtige Antwort drauf und ich glaube, das kommt vielleicht auch gar nicht drauf an. Ich glaube, es geht ja am Ende gar nicht unbedingt darum, zu sagen, sie wird verfolgt, sondern für mich verstärkt es einfach, ja klar, dieses Gefühl des Paranoiden. Deshalb ist die Szene auf jeden Fall, vielleicht ist es wichtig, dass es nicht rauskommt, damit man quasi immer, sich immer beobachtet fühlt. Weil wenn man weiß, dass man beobachtet wird, dann weiß man in der Regel auch von wem und dann könnte man den Hintergrund immer abscannen nach genau dieser Person oder in diesem Fall genau diesem Auto. Wenn man aber gar nicht weiß, ob man verfolgt wird, dann weiß man auch nicht, wonach man die Umgebung abscannen soll. Und das finde ich ziemlich clever eigentlich. Und eine, stimmt, es mir fällt gerade ein Punkt noch ein, ein Kritikpunkt, dass vielleicht, der vielleicht auch so ein bisschen die einzige Szene ist, in der ich kurz zusammenzucken und mich fragen musste, brauche ich das jetzt? Und zwar die Szene in der Kneipe. Vielleicht können wir mit der Szene so ein bisschen langsam zum Ende kommen. Denn ich war mir nicht ganz sicher, brauche ich jetzt auch noch diese Szene in der Kneipe, in der ich einmal kurz sehe, dass Männer wirklich Arschlöcher sind. Und ich würde den Film jetzt nicht deswegen schlechter bewerten. Ich habe ihm ja bei Letterboxd auch wirklich volle fünf Sterne und ein Herz gegeben, weil er bei mir einfach so viele hinterlassen hat. Aber das war der eine Moment, bei dem ich dachte, ich glaube, gebraucht hätte ich ihn nicht. Und es geht auch fast so ein bisschen raus, finde ich, aus der bis dato so schönen, schönen Unaufgeregtheit. Ich finde, einen Moment, wo ein Otto-Normal-Durchschnittstyp aggressiv baggert und dann, sobald er abgelehnt wird. Also erst, immer diese Logik, ja auch erst eine Frau anbaggern und wenn sie dann ein Nein sagt, heißt das ja, was ist ja eine hässliche Bratzel. Warum hast du mich dann gerade angebaggert? Ja. Ich finde, einen so Moment hat es gebraucht für die Vollständigkeit dessen, dass man jetzt zeigt, in so einer Welt kann eine Weinszene stehen. Weil wir hatten ja vor, bevor die Szene kommt und nachdem die Szene kommt, die Männer, die übergriffig sind, waren alles Machtpersonen. Wir haben halt die Recherche gegen Donald Trump. Wir haben diese ganze Fox-News-Sache. Wir haben Harvey Weinstein. Und damit, einfach als Sicherheit, damit man nicht aus dem Film rausgeht und sagt, ja, mächtige Männer sind ekelhaft. Braucht so einen Moment, wo einfach irgendein Typ, der dir in der Bar begegnet, ekelhaft. Das war ja sonst die Arbeitskollegen und im Privatleben die Männer, die diese Figuren kennen. Es werden ja alle als reingezeichnet. Daher, ich finde, man brauchte so eine Szene. Mir fiel die auch nicht negativ auf. Ich hab in der Szene auch, als er dann seine Packung abbekommt, innerlich so diese, die Bäcker-Faust gemacht. So, ja, das hat er verdient, der Gewisskerr. Ähm, aber nachdem du sie erwähnt hast, fällt mir schon auf, tonal verlassen wir, aufgrund dessen, wie es gespielt wurde, für so 50 Sekunden, vielleicht auch für ein bisschen mehr als eine Minute, verlassen wir, verlassen wir She-Set und biegen kurz ab in Promising Young Woman. Ja, oder in Last Night in Soho, weil ich musste bei der Szene an die Szene im Taxi denken, wobei die wesentlich stärker in der Thematik verankert ist, weil da geht's ja um das Gegenüberstellen von Vergangenheit und Gegenwart. Also daher, wenn man will, könnte man sagen, die Szene vielleicht ein bisschen, ein bisschen spröder irgendwie umsetzen, aber das ist jetzt von meiner Warte aus wirklich diese Suche nach der Suppe im Haar. Äh, nach dem Haar in der Suppe. Ich wollte gerade sagen, äh, ja, ja, aber können wir ja, können wir ja machen und dann feststellen, dass das ein, kein, kein, kein schlimmes Haar ist. Mein vielleicht Haar in der Suppe oder ich bilde es mir nur ein, ist, weil es nahezu, weil es nahezu gar nicht zur Sprache kommt im Film. Und da er ja beginnt mit der Frage, warum haben Leute nicht geredet, hätte ich das im Laufe des Films gern nochmal gehabt, weil dann hätte man so einen roten Faden. Alle Hollywood-ExpertInnen sind sich einig, die beiden Artikel gegen Weinstein waren nur in diesem Moment möglich, weil, weil Weinstein angeschlagen war. Die Weinstein Company hatte Schulden, Weinstein hatte schon lange keinen, äh, Prestige-Erfolg mehr, das heißt, man hatte quasi, man hat diesen Kampf, diesen gefährlichen Kampfhund in der Nachbarschaft und gerade humpelt er. Jetzt können wir ihn, jetzt können wir ihn, jetzt können wir ihn einkesseln. Jetzt, jetzt ist er angreifbar, jetzt können wir ihn drankriegen. Und dass es niemals so, so, so eine Sequenz gab, irgendwie, was weiß ich, ich bin halt kein Drehbuchautor, äh, bei mir wird's zu plakativ jetzt klingen, da ich will nicht, dass es so umgesetzt wird, aber man hätte das vielleicht in einer Schieß-Set-Tonalität umsetzen können. Cafeteria in der New York Times, äh, Moment mal, gegen wen, gegen wen recherchiert ihr gerade? Harvey Weinstein, 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 wer war das nochmal? Ja, hier, äh, dieser erfolgreiche Hollywood-Produzent. Erfolgreich? Wann war denn sein letzter Hit? Ha, ist schon was her. Das sollten wir ausnutzen, weil die Angst vor Weinstein einfach geringer war und das war ja, dass dann vielleicht Leute leichter überzeugt werden konnten, die Leute, die von ihm, äh, attackiert wurden, äh, jetzt über die Sache zu reden und die Leute, die offiziell auf seiner Seite sind, wie diese, diese, dieser, dieser, Anwalt von Weinstein, der da auf einmal plötzlich Fakten rausgibt, die ganz offensichtlich gegen ihn verwendet werden, dass er da vielleicht so dieses, der, ich werde den Job eh bald los, ob ich ihn loswerde, weil ich ihm in den Rücken gefallen bin oder weil die Firma pleite geht, macht auf meinem Konto keinen Unterschied, aber für meinen Gewissen vielleicht, also ein, so zwei, drei Brotkuchen in die Richtung, um auch nochmal klarzumachen, warum es wichtig ist, zu recherchieren, weil man weiß ja nie, wie lange jemand Angreifbares auf einmal wieder ungreifbar, wann dieser Mensch auf einmal wieder unangreifbar wird. Das ist so, es hat mich nicht gestört im Film, aber es hat mir durchaus gefehlt. Okay. Ja, gut. Dann sind wir durch, würde ich sagen. Ja. Es hat sehr Spaß gemacht im Sinne von, ich glaube, das war eine sehr gehaltvolle Folge und ich muss auch einfach sagen, ich bleibe dabei, der Film ist einer meiner, ja, liebsten Filme des Jahres. Kannst du, kannst du eine Sneak Peek geben, wo er gerade bei dir steht? Äh, also der wird in der, in der Jahresbestenliste vorkommen, im Moment ist er aber nicht in der Top Ten. Okay, bei mir schon, bei mir ist er glaube ich auf Platz drei oder so. Deine, deine Top drei wanken aber auch, ich meine, wir hätten mal drüber gesprochen, und da war er auch bei dir sogar auf der Eins. Ja, aber er muss sich gegen einen gewissen, er muss sich gegen einen Meta-Slasher und gegen einen, einen genussvollen Film durchsetzen. Da reden wir ja demnächst drüber. Wollte ich gerade sagen, das war auch der Gedanke, weshalb ich an dieser Stelle schon mal ankündige, ja, natürlich machen wir einen Jahresrückblick, aber in der nächsten Folge reden wir erstmal über etwas anderes. Über was denn? In der nächsten Folge reden wir über unseren Jahresrückblick. Ist das sogar schon so? Nächste Woche ist schon Jahresrückblickzeit. Wie schön, dann habt ihr gehört. Nächste Woche ist Jahresrückblickzeit. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid, denn möglicherweise ändern sich ein paar Dinge. Aber da werden wir noch drauf zu sprechen kommen in der einen oder anderen späteren Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis nächste Woche. Tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Filmgedacht